Wir machen jetzt mal direkt weiter mit einem Titel, den ich persönlich sehr, sehr interessant finde und zwar Fresnillo, denn hier wird es tatsächlich sehr, sehr knapp, was die aktuelle bärische Primärerwartung angeht, denn der muss jetzt hier schleunigst wieder abgeben. Wir haben jetzt hier in den letzten Tagen auch wieder eine ordentliche kurzfristige Rallye gesehen. Prozentual seit dem letzten Boden waren das auch wieder 40%, also ein sehr, sehr impulsiver Anstieg. Im Vergleich zu dem, was wir hier in den letzten Monaten gesehen haben, ist das de facto der impulsivste Anstieg seit langem und das könnte natürlich die Alternative hier auslösen. In diesem Fall würden wir hier kurzfristig, wie bereits erwähnt, in der Primärerwartung nochmal abverkaufen, diese interne Welle 4 in römisch-rot gekennzeichnet abschließen, um dann den nächsten Impuls innerhalb dieser Welle 5 einzuleiten. Diese wiederum würde uns in unsere übergeordnete Kaufzone dieser gelben Welle 2 hier befördern, wäre dann also ein sehr, sehr interessanter überzyklischer Einkaufsbereich, um das Ganze auf Multijahresebene zu bespielen.